Herzlich Willkommen wieder zu einem kleinen Videotool. Man hat mich doch noch mal gebeten zu zeigen, wie man diese Meisterschilder aus dem Inventar löschen kann. Das funktioniert nicht mit der einfachen Löschfunktion, sodass ihr hier einen kleinen Trick anwenden müsst. Wie ihr seht, habe ich hier noch 29 Seiten im Inventar. Als allererstes platziert ihr bitte ein paar von den Schildern hier auf eurer Farm. Das habe ich bereits getan. Als nächstes holen wir uns den Trainer dazu und aktivieren die Funktion. Und zwar schalten wir die Funktion ein, Gegenstände aus der Farm entfernen. Und ihr habt hier diese Funktion Meisterschaftszeichen löschen. Das aktivieren wir. Es steht schon da, besuche Nachbarn und erledige einige Jobs. Das mache ich jetzt auch. Sucht euch bitte einen Nachbarn mit einem vielleicht nicht ganz so hohen Level, damit ihr nicht abstürzt. Auf der Farm angekommen, macht ihr bitte eure 10 Aufgaben, die ihr zur Verfügung habt. Und wenn ihr jetzt noch nicht so weit ist, dann vielleicht halt weniger. Und von hier aus besucht ihr jetzt bitte gleich einen weiteren Nachbarn. Und auch hier erledigt ihr jetzt eure 10 Aufgaben. Ich entwelke mal hier die Felder. Jetzt gehen wir wieder nach Hause. Und jetzt solltet ihr so ungefähr 5 Minuten noch auf eurem Farm etwas tun. Erntet von mir aus die Felder, füttert ein paar Tiere. Egal was, arbeitet ein bisschen auf eurer Farm. Das werde ich jetzt auch tun, indem ich einfach ein paar Tiere füttern gehe. Und dann ladet ihr das Spiel einfach neu. Und wenn ich so weit bin und das Spiel vollständig geladen ist, werde ich mich wieder melden. Im Moment habe ich erstmal hier jetzt noch 5 Minuten zu arbeiten. Bis gleich. So, ich bin wieder zurück. Meine Farm hat sich vollständig geladen. Schauen wir mal, was passiert ist. Meine Meisterschilder sind alle weg. Alle 30 Seiten sind verschwunden. Es funktioniert nicht gleich bei allen beim ersten Mal. Auch bei mir funktioniert es nicht auf allen Farm beim ersten Mal. Macht es dann einfach nochmal und schaltet bitte keine weitere Funktion vorher ein. Einfach das Spiel laden, Trainer anwerfen und Meisterschilder löschen. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein Stückchen weitergeholfen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.